Georgina Fleur, 30, spricht Klartext. Bei Kampf der Reality-Stars legte sich die TV-Bekanntheit nicht nur regelmäßig mit den anderen Kandidaten an, sondern feierte auch ihr Dasein am Strand von Thailand mit feuchtfröhlichen Champagner-Partys. Ihre Liebe zu dem prickelnden Getränk bewies sie vor allem in eine Challenge, in der sie eine Flasche alleine äxte. Jetzt stellt Georgina im Promi-Flash-Interview klar, nicht nur sie habe gerne mal einen Überndurst getrunken. Alle Kandidaten sollen in der Show betrunken gewesen sein. Es wurde so gezeigt, als wäre nur ich so, dabei waren alle so, erklärte die Rothaarge gegenüber Promi-Flash im Rahmen einer Show von Six-Packs. Dass die Reality-TV-Teilnehmerin die einzige sei, die ordentlich getrunken hätte, wäre öffentlich falsch worden. Es wurde immer nur auf mich geschoben, dabei waren alle besoffen und haben gefeiert, machte die Beauty deutlich. Georgina habe vor allem am liebsten mit ihren Bezugspersonen Sam Dillen, 29, und Kate Merlan, 33, einen gehoben. Ihre tiefe Verbindung zueinander sei bei der Ausstrahlung der Sendung auch nicht so rübergekommen, wie es tatsächlich gewesen sei. Wir waren viel enger miteinander, als gezeigt wurde. Wir haben jeden Abend Party gemacht, erklärte Sam gegenüber Promi-Flash sein Verhältnis zu den beiden Girls in der Show. Tipps für Promi-Flash? Einfach e-Mail an tips-at-promiflash.de